Mehm Wieso nur Zinn 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 Lid Ohr Hmmmmm Ach ja, ich kann ja gar nichts mehr aufheben. So. Ich brauche mir einfach gleich, ne, nicht mehr in dieser Folge, aber vielleicht in der nächsten Aufnahmesession, wenn ich genug Zeit habe. Einfach mal ein Jetpack, so für den Notfall. Wäre vielleicht ganz nett. So, wofür ist das? Mein Jetpack kenne ich nicht. Brauche ich also nicht. Na, komm her, Zombie. Wo bist du? Da hinten. Hm. So, Kohle, 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 Kohle. Selbst die Kohle kann ich nicht mehr aufnehmen. Bin ich hier sicher? Ich hoffe mal, dann kann ich alles, was ich nicht mehr brauche und zu genügend habe, wegpacken. So. Das lasse ich mal hier, oder eher gesagt, das lasse ich mal hier draußen. So. Jetzt bin ich halbwegs equipped. Jetzt habe ich nur meine Möhren weggepackt. Es gibt doch nichts, was man nicht verrasseln kann. Okay, das sieht etwas groß aus. Ach, es ist zufällig genau über uns. Also hoffe ich, passiert mal nichts, wenn ich hier die Steine abbaue. Hm, ist jetzt auch egal. Kann ja sowieso nicht mehr schlimmer werden. Oder doch. Nein. Nein, die baue ich nicht ab. Ach, was ist hier oben? Sinn. Ich hole mir einfach... Ich habe eine Idee, ich baue mir einfach eine gute Schaufel und hole dann einfach das... Ein bisschen Sinn-Grovel, was ich da gefunden habe. Aber, ne, dann... Dann setzt ich meine Crowe wieder aus. Mache ich in der nächsten Folge. Sinn. 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 Aluminium. Sehr schön. Ein Stein. Ja. Mal gucken, was man jetzt damit machen kann. So, hier oben haben wir auch noch was. Kohle kann ich gut gebrauchen für meine Turtle, die lasse ich dann gleich so eine Stunde oder so laufen, damit nicht vollständiger Stillstand hier reinkommt und dann mache ich das Ganze anders, halt, wie ich es meine. Und ich hoffe, ich fall dann auch nicht mehr in Öl rein oder werde von bösen Zombies erschlagen oder sowas. Das wäre etwas doof. So, wo bin ich hergekommen? Was ist da oben? Könnte noch Aluminium sein. Was könnte hier noch Aluminium sein? So, wo ist mein neues Haus? Da hinten? Nein. Da. Gut. Was ist das da? Ein Lidrohr. Ach, wisst ihr was? Grab mich da einfach mal hoch, um zu gucken, was das ist. Sinn. Schade. Naja, ein Versuch war es wert. Was haben wir da vorne noch? Nichts, nichts, nichts. Nichts Interessantes. Nichts. Achso, und? Da ist auch noch Sinn. Ah. Wenn jetzt regnet... Ich bleib' hier oben. Und geh' mal nach Hause. Bevor noch mehr passiert. Guck' mal bei meiner Törtel vorbei. Denn ich glaub', die ist wieder stehen geblieben. Ja. 100 Meter, die ist bestimmt stehen geblieben. Ah. Da vorne ging's raus. Ja. Guck' mal. Da ging's raus. Hier schon. Hm. So. So. Weiterlaufen. Weiter. Immer weiter. Immer weiter. Diesen gefährlichen Monsterfahrt hoch. Ne. Ich geh' garantiert jetzt nicht zu meiner Törtel, denn da sind jede Menge Creeper. Und wenn die alles in die Luft sprengen, bin ich nachher nochmal am Marsch. Was ich natürlich nicht zahlen möchte. Scheiß Spinne. Skelette. Geht mir nicht auf den Sack. So. Haben wir denn hier irgendwas Interessantes, was wir weggeben können. 35. Ach, schade. Gut. 27. Die können weg. Oh. Ja, super, dass die Smeltory jetzt auf den gekommen ist. Und nicht auf die anderen. Naja, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Und nicht mehr in dieser. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann.